Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Party mit Max bzw. Langer und Sina Hallo Und ich bin stecken geblieben. Im Boden! Seid ihr auch gerade? Oh ich hasse diese Karte Die ist so abnormal hässlich Ich kann nicht laufen Jetzt kommt der Würfel Ja da kannst du jetzt würfeln indem du irgendwo hinschlägst Ne 6 Ich auch Ich hab ne 4 Oh das fing ja schonmal gut an Oh wunderbar Da ist ja wunderbar Ich hab ne 4 was passiert jetzt? Jetzt kommst du gleich auf das entsprechende Feld Jetzt fliegst du gleich ganz hoch Oi Es ist ja Ey ich seh nicht wo ich bin Oh wir können ja gar nicht mehr rausgehen langer guck mal Ich wills Das ist ja scheitern Hier geht raus Was ist das? Pferderrennen Jawoll Pferderrennen gibt's wieder Oh das ist ja neu Leck mich am Arsch Ach du Scheiter Ach das ist ja so ne Super Mario Strecke Die ganze Zeit Leertaste drücken sie nach Damit du schnell wirst Ach du Kacke da muss man den anderen Wuh Wuh Ah Oh Gott Ah Löcher Hilfe Ich seh nicht wo ich hinwund Deswegen drück F5 damit du die Außeransicht hast Äh 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 Ich bin durchs Wasser WTF da darf's nicht gehen Kackees Damn schizzle die Disse Oh fuck die davon krieg ich nicht mehr ein Ich hab 10 Pony alter Wieso darf man denn nicht durchs Wasser Ich weiss wirklich nicht Ich dachte eigentlich du wirst nur nur langsam oder so Ah ich krieg nen Krampf in den Daumen Kackees Alter wie viel Runden musst du machen Das ist ja nicht nur eine Runde Oh 2 von 2 bin ich jetzt Alter was Oh das Wasser Oh das ist auch noch Wasser Oh Alter Ja der ist zurückgesetzt Ja ja Oh Alter du hast die Todesabkürzung gehabt Was hab ich? Bist du das? Wiss ich nicht Nein Der Leck Hä wieso? Hä? Ich hab ihn überholt Ich hab ihn überholt Aber ich hab nen Krampf Au Runde 2 von 2 WTF Ich bin Hä? 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 Was war das für ne verbuggte Scheiße? Ich bin dein geil Nein das Spiel ist schon wieder so verbuggt alter Das ist doch ein Scherz Oh ne 4 Mit 3 man Gott ich hasse mich Und auch ne 3 ne 6 Hallo wenn wir nochmal teleportieren oder war auch das jetzt mit dem Spiel? Lol Das Spiel hat mich grad nicht teleportiert Hallo Sina Hallo Osti Äh den Bastrian mein ich Hehehe Scheißegal Freier Fall Oh noo So ein Scheißspiel man Was ist das denn? Du musst nen freien Fall hier runter springen und musst im Wasser landen Immer im Wasser landen ja Du musst nicht irgendwo offschellen Und jetzt gehts ab Oh Gott das treff ich nicht Die haben das geändert Ich hab's nicht getroffen Oh Hä? Doch ich hab's getroffen Nein ich treff da Oh man Was ist das? Oh ja ich hab's getroffen Oh ja ich hab's getroffen Warum ändern die das? Oh Hä? Ja weil da bin ich sofort durch Oh Alter ne Alter Alter Langer das dritte Alter was das? Oh Das hab ich auch grad gedacht Alter Hä wie kommt man da durch? Wo durch? Oh das ist übelst kompliziert Da ist ein Block frei wo du durchkann Ich hab's geschafft Ich hab's gesehen Oh mein Gott ey Oh lange ich komm da nicht durch Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Ja Oh Gott Bosti Hey ich äh ich komm hier nicht weiter Beim zweiten Du musst so ein bisschen Da musst du immer deine eigene Taktiker suchen In der Ahnung wo es war und was muss vor allem ist hier eine Wand ey wie kacke Guck mal hier langer Läden sie sich wie sie eine Map generiert Weil ich Doch nein Na Na bitte zwei mal eine sechs bitte zwei mal eine sechs Bitte zwei mal eine sechs Bitte einfach mal keine eins Eine fünf vier Das hast du bekommen Eine fünf Scheiße Eine drei Eine vier eine fünf Hey wieso darf ich jetzt einmal werfen Achso ihr habt gewonnen Alter Ist der übelst wenig hier in der Lobby Echt mal ey Ist da scheiße Crazy Bonusfeld Ey das ist so unfair alter Wie schlecht das gemacht ist Der ist schon gut Nur Bonusfeld Oh Hier musst du auf die Farbe die du gleich mit dem Metall hast Dina musst du denn hier rauf Das hat sich gut angehört Die Farbe Grün Alter wo ist denn Grün Alter Alter Das ist am Ende der Arme Alter Das ist am Ende der Arme Das ist am Ende der Arme Alter Wenn mein Geld vor so weit weg äh Dabei hattest du genau hinter dir hin Was passiert wenn man da äh nicht drauf kommt Na das ist am Ende der Arme Das ist am Ende der Arme Blup bist du tot Ach Das ist aber der ewige Spiel Ne Das dauert nicht mehr wieviel das immer schneller wird Das ist das dauert nur drei vier Runden Nein Nein Ah 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 Scheiße Mann Dritt Zweiter Ja Ich bin nicht Zweiter Was Es ist so schlecht gemacht das Spiel Ohne Mist ey Ne 6 Ne 6 Ey ich hab ne Alm Ey alter Und ne 3 Ey ich bin hier gleich im Ziel Bei mir fehlen noch 27 Felder Bei mir fehlen noch 27 Felder Alter der hat nur noch 9 Felder Ah Bonusfeld Bonusfeld Was ich komm vom Bonusfeld aufs Bowserfeld Was Ich komm 1 Block 4 vor Hühner schießen Hühner schießen Hühner schießen das neu was ist das Versuch soviel Hühner wie möglich abzuschießen außerdem spawnen Spezielle Items Welche die unter Welche dich unterstützen können Wo ist denn hier ein Huhn Die fliegen Wie soll ich die denn treffen Mit nem Bogen Anstatt die das mit Schneebellen machen das wär so viel geiler gewesen Man treff ich die fuck auch mal Ah 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 Gott Wie fuck Ah Wieder schluss ein Treffer Wollah Vor allem manchmal prallen die Fick dich doch selber Warum prallen die denn manchmal einfach ab ne Ah 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 Mann ey Ich bin hier fein aber ihr müsst wie ich einfach ab man Was ist denn los hier Hey Langer du kannst dich jetzt halbe Stunde hinstellen ich hole niemand mehr ein Legolas can't quickscope Oh shit Oh shit Alter ich denk hier gibt's geile Items wo bleiben die denn Ich weiß auch nicht ich hab irgendwie nicht Alter da liegt nur der Bogen Hier liegt ja ab und zu mal was Ein Inkssack Was ist das denn Hey ich bin dritter Was Kommt alter ich geh gleich hier hinweil das ist doch nicht mehr feierlich Ach hallo Opsi Hi Zack gleich ist weg Nein Nein Ah Gott Nein Alter Was ist der jetzt hier ein Slack das ist das Einzige Alter Was Ich brauch nur noch einen Feld Mir fehlen noch 19 Felder Oh Gott ey Mir fehlen noch 19 Felder Mir fehlen 22 ey 22 Ich shit Alter Halt's Maul ey Jetzt können wir Min fällt Alter Sina du darfst nicht auf die Druckplatten die jetzt cool von oben fliegen Alter wie geil haben sie das jetzt gemacht ne Alter meine sind die cool geworden Man jetzt prallt nicht mit der Scheiße sondern fangt an Scheiße man Hey man muss jetzt auf die andere Seite kommen Alter Ja Was ist denn das hier Oh Oh Ja Ja Hast die Nein Oh Alter Isengard ey Schreckbar Alter So Oh Also Es wird jetzt ziemlich schwer Alter Äh Hier irgendwie noch was zu reißen Aber Den drücken Ich krieg ne 6 Alter Fick dich selbst Und bei dem Silberwürfel gibt es höchste Sophia und ich krieg ne 4 Alter Fick dich Junge Wie geil ist das denn bitte Also So ihr könnt euch heute schon mal gratulieren Es ist nicht so Es ist nicht so hoch Ich bin nicht mal dritter Hä ich bin dritter Oh mein Gott Es ist nicht so dein Spiel ich weiß So Leute wir sehen uns in der nächsten Aufnahme leckt mich am Arsch Das ist so sehr gespannt